Die Funktion Zeitwert ermöglicht, dass Rechnen mit Zeiten, die im Zeitformat vorliegen, also nicht regulär als Stunden eingetragen werden. Im oberen Bereich hier sind die Zellen einfach als ganz normale Uhrzeiten eingegeben worden mit dem Doppelpunkt. Ich kann mich also hier in die Zelle A6 stellen. Ich kann das Summenzeichen im Register Start hier klicken. Die Summen darüber werden gezogen. Ich drücke mal die Enter-Taste. Ich sehe hier 23 Stunden, 22 Minuten. Ich kann diese Zahlen einmal kopieren. Ich drücke mal STRG-C, füge diese Zahlen hier ein und zwar mal ohne Formate. Ich hole mir hier die Werte rein und hole mir jetzt nur die Werte ohne Formate, hier mit dem 1-2-3-Symbol. Da sehe ich hier halt der Bruchteil des Tages jeweils. Also 10 Stunden sind knapp 41,2% des Tages. Ja, jetzt habe ich meine Zeiten vielleicht mal nicht im Idealfall als Zahl eingetragen bekommen, sondern die Zeiten liegen in Text formatiert vor. Wenn ich mir schon anschaue, hier im Register Start in der Gruppe Zahl, diese beiden Zellen hier sind als Text formatiert. Das heißt, ich drücke mal STRG-1. Ich kann hier erkennen, es ist als Text formatiert. Wenn also hier jemand jetzt eintragen würde, 4 Stunden, 30 Minuten und bestätigt das Ganze mit Enter. Bleibt die Zahl hier links stehen oder jemand trägt ein, eine Stundenangabe mit 10 Stunden, 30 Minuten und drückt die Eingabetaste. Das Hochkomma sehe ich ja nicht hier in der Zelle. Ich kann es höchstens hier in der Bearbeitungszeile erkennen. Dann kann ich hier leider keine Summe bilden. Ich klicke mal auf das Summenzeichen, hole mir die Summe von den Zahlen darüber und bekomme hier eine Null angezeigt. Meine Texte werden hier, wenn sie als Uhrzeiten eingegeben werden, nicht als Zahl identifiziert. Aber ich möchte natürlich auch meine Stundenwerte hier ermitteln, wenn die Zahlen hier irgendwie in einem ungünstigen Format ankommen. Und da hilft mir die Funktion Zeitwert. Zeitwert erfasst, ich klicke mal doppelt drauf und öffne den Funktionsdialog. Zeitwert erfasst Zahlen, die im Textformat vorliegen. Und hier wird schon gleich angezeigt. Ich kann das gleich hier mit den Werten da oben vergleichen. Wenn hier eine Zahl im Stundenformat angegeben wird, also hier wandelt eine Zahl um von 0 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden bis knapp unter einem Tag. Ich klicke mal auf OK, ziehe die Formel mal nach unten. Da bekomme ich hier entsprechend die Werte angezeigt. Das sind genau die gleichen Zahlen wie oben. Und kann dann natürlich hier auch bilden, die Summe von den Werten darüber. Also dass mir das hier als Bruchteil des Tages angezeigt wird. Und das kann ich natürlich auch im Stundenformat wieder formatieren. Also hier mit Format, hier mit Zeiten. Also dass mir das ganz normal wieder als Zeiten angezeigt wird. Und das kann ich jetzt auch mal wieder als Zeiten. Und das kann ich jetzt auch mal wieder als Zeiten. Und das kann ich jetzt auch mal wieder als Zeiten. Und das kann ich jetzt auch mal wieder als Zeiten. Und das kann ich jetzt auch mal wieder als Zeiten. Und das kann ich jetzt auch mal wieder als Zeiten. Und das kann ich jetzt auch wiederholfen. Vielen Dank.